Die Conference League für Köln und für uns die Rettung. Und dann zum Video zum 34. Spieltag, wir gehen wieder die Szenarien durch, was so passieren könnte. Nummer 1, Worst Case, würde bedeuten, Bielefeld schlägt Leipzig hoch und wir verlieren auch gegen Köln hoch. Damit werden die 7-Tore-Unterschied aufgehoben und wir werden damit auf 17 abgestiegen. Hertha ist da egal, was die machen, aber ihr merkt schon, es ist ziemlich utopisch, aber es ist eben das absolute Worst Case. Das 17. ist rechnerisch noch drin. Realistisches Szenario, Bielefeld fehlt gegen Leipzig, für die geht es ja noch um die Champions League und die Hertha verliert normalerweise auch auswärts beim BVB. Ich weiß, BVB ist manchmal auswärts ein bisschen komisch, wir kennen die Spiele gegen Hoffenheim zum Beispiel auswärts, wo sie sich auch noch für die Region gerettet haben, damals Hoffenheim glaube ich. Die schenken schon manchmal ab, wir hatten auch das 3 zu viel gegen Bochum, aber da ging es für Bochum auch noch um was. Aber ne, Dortmund nicht 100% safe, aber es ist eben der Saisonabschluss vor 80.000, Heimspiel zum Saisonabschluss. Die werden da um eine gute Stimmung bemüht sein. Rosa hat auch nochmal ein Zeichen der Mannschaft gefordert. Haaland-Abgang ist für mich mit das größte Argument einfach, dass der dann nochmal sich mit ein paar Toren verabschiedet auch. Und bei uns ist ein bisschen Rückenwind drin, nach dem Spiel in München, nach der Leistung in München auch vor allem. Aber bei Köln geht es eben auch noch um Europa. Klar müssen noch andere Teams mitspielen, aber es geht um Europa und Baumgart wird da als Trainer keine Mannschaft hinschicken, die nicht Vollgas geben wird. Also für neutrale Zuschauer, für einen neutralen Blick auf die Bundesliga ist es trotzdem, trotzdem München spielen nicht realistisch, dass wir das Spiel gewinnen. Das sage ich euch, wie es ist. Deswegen sage ich hier, für diesen realistischen Fall einfach mal unentschieden. Dann würden wir in unsere zweite Relegation gehen. Passiert das, sind die News von heute auch ganz interessant, dann kommt der Verein, der VfB, uns Fans wenigstens entgegen. Also Besitzer von einer Mini-Dauerkarte bekommen freien Eintritt. Ich tippe mal, es kann so sein, wie wir 2019, als es noch richtige Dauerkarten gab, da wurde einfach der Dauerkartenplatz automatisch und kostenlos für dieses Relegationsheimspiel verlängert. So wird es mit einer Mini-Dauerkarte wahrscheinlich auch sein und auch generell sollen da die Preise günstig gehalten werden. Immerhin das und eben das Hoffnungsszenario. Bielefeld ist da recht egal so und eben die Hertha führt auch beim BVB und dann kommt eben das Ding, wir holen eben den Heimsieg. Wir bringen eine genauso gute Leistung, mindestens genauso gute Leistung und Intensität vor allem auch wie in München auf dem Platz. Dazu macht auch Union sein Ding gegen Bochum zu Hause klar und gewinnt das Ding, weil dadurch hätte Köln keine Chance mehr auf Europa League. Da müssen wir ein bisschen darauf hoffen, dass einfach Union recht schnell klar macht, wir verlieren hier nicht oder wir holen hier nicht nur einen Punkt, wir gewinnen das Ding gegen Bochum zu Hause, was ich auch für recht wahrscheinlich halte. So dadurch eben die Conference League für Köln und für uns die Rettung. Die Stimmung im Stadion wäre krank, also es wäre wirklich ein verrücktes Erlebnis glaube ich und das muss eben auch über die 90 Minuten passieren, dass wir die Jungs wieder komplett tragen zu dem Sieg gegen Köln. Dann wären wir punktgleich mit der Hertha und eben durchs Torverhältnis vorbei und auf Platz 15. Und die Hertha müsste auch, wie wir es müssten, muss auch die Hertha in ihre zweite Relegation, in ihre Geschichte. Und dann kommen wir noch zur zweiten Liga, weil Relegation immer noch drin, deswegen schauen wir da auch auf Aufstieg und Relegation. Hier mal meine unqualifizierte Prognose, weil zweite Liga, ne, schaue ich schon, aber natürlich weniger als die Erstliga, ist ja klar, Schalke ist schon durch. Die werden auch bei den Freunden in Nürnberg recht sicher das Ding nochmal gewinnen oder halt irgendwie so spielen, dass sie meistern werden und da feiern können zusammen, tippe ich auch mal darauf. Und danach Bremen, die zu Hause im Normalfall, wie gesagt, Regensburg schlagen. Ich dachte auch im Normalfall besiegen sie Kiel, habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt zu Hause, aber ist nicht passiert. Trotzdem, Bremen wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Zu Hause Heimsieg gegen Regensburg, dann mit Platz 2 und dann eben, ja, der Kampf um Platz 3 zwischen Darmstadt und Hamburg. Auf dem Platt oder auf dem Papier ist immer Heimspiel irgendwie besser, ne, und das hat zumindest Darmstadt. Ich habe gehört, dass Paderborn recht gut ist auswärts so, aber trotzdem, ein Heimsieg mit Paderborn halte ich nicht für unrealistisch, weil es ja eben auch um alles geht, für die und sie eben auch ein Heimspiel haben. Der HSV wiederum muss auswärts ran. Nach Rostock, die sind auch schon gerettet, aber trotzdem, die spielen eine geile Saison, wie gesagt, sind gerettet und da wird auch trotzdem wieder die Stimmung ausschlaggebend sein. Es wird ein Hexenkessel sein in Rostock, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und der HSV ist eben auch HSV-untypisch, ich glaube, 4 oder 5 Sieger am Stück, ich glaube, 4 sind es. Das ist, wie gesagt, das ist irgendwie untypisch für einen HSV. Also mich würde es nicht wundern, wenn es, sie haben es in den letzten Jahren immerhin bekommen, irgendwie auf Platz 4 oder doch mal auf Platz 5 zu landen ist, immer kurz vor Schluss noch zu verpatzen. Es wäre HSV-like, wenn sie halt wirklich in Rostock nicht über den Unschieden hinauskommen und damit wäre eben Darmstadt auf Platz 3. Ich halte es für recht realistisch tatsächlich, aber auch der HSV könnte auch einfach in Rostock gewinnen, dann sind die auf Platz 3. Das ist ein sehr, sehr enges Ding. Wir als VfB-Fans hoffen ja sowieso darauf, dass uns das egal ist und wir nach dem Spieltag auf Platz 15 stehen. Lasst mir gerne eure Prognose in den Kommentaren da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.